Jo Leute, was geht's? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video und ich muss vorab sagen, ich habe echt lang mit mir gehadert, lang überlegt, ob ich das Video machen soll, weil ich nicht so ein Freund bin von Glitches, vor allen Dingen, wenn man Glitches zeigt, die vor allen Dingen PvP ausgenutzt werden können. Ich glaube aber, der ist gar nicht so brauchbar im PvP, wie ich vielleicht denke, deswegen zeige ich euch den mal, weil ich es auch ganz witzig finde und ich mir nicht vorstellen kann, dass das jetzt so schlimm ist. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr solche Glitches sehen wollt und wie ihr das findet. So, kommen wir zum Glitch. Was ihr machen müsst, ihr braucht eine Gefäßkanone, am besten auf einem hohen Level, weil die sorgt für den Schaden, die nehmt ihr in eurer Haupthand und ihr nehmt einen Bogen, am besten einen Bogen, der schnell schießt, in eure Nebenhand. Und was ihr braucht, ist ein Item ausgerüstet, ich habe hier Erinnerungen der Gnade, ihr könnt aber auch jedes andere Item nehmen, was so eine Frage aufpoppt, wie zum Beispiel, ach Mist, ich habe gerade keine mehr, aber diese großen Seelen, wo ihr auch gefragt werdet, ob ihr die einsetzen möchtet. Und dann muss dieses, unten dieses Feld muss auftauchen, damit der Glitch funktioniert. Also, was ihr macht, das ist eigentlich echt simpel. Ach ja, und, ganz vergessen, ihr braucht natürlich große Bolzen für die Gefäßkanone, weil ohne funktioniert die Gefäßkanone nicht. Also, was ihr macht, ihr visiert ganz normal dahin, wohin ihr wollt, entweder mit L1 oder ihr visiert ihn direkt an, haltet R1 gedrückt, sodass er schießen will. Und dann drückt ihr Viereck und benutzt diese Gnade. Und was dann passiert, passt auf, ich weiß nicht wieso, das ist ein Glitch. Und, ja, den kann man wohl auch verwenden, um starke Gegner extrem schnell zu besiegen. Deswegen machen wir das Ganze mal an einem Beispiel. Ich habe hier oben noch so einen komischen, ähm, so einen komischen großen Baumtypen. Mal gucken, ob ich denn damit, wie das da ist, ob ich das jetzt auch motorisch schnell hinbekomme. Da ist er. Oha, leider mache ich nicht so viel Schaden. Aber ihr seht, man kann schnell hintereinander einsetzen. Schon ganz witzig. Wie finden die das so? Oh, da mache ich ja gar keinen Schaden. Ich mache leider gar keinen Schaden, aber die haben halt auch so ein Schild, ne? Und, äh, was ich dazu sagen muss, ne? Eure Bolzen werden verwendet, ne? Also die gehen weg. Wie lange hat der denn das Schild? Müsst das nicht mal langsam weg sein? Also man kann es echt spammen. Äh, ja, leider irgendwie, äh, habe ich hier echt die falschesten Gegner ausgesucht, die man sich aussuchen kann. So, versuchen wir nochmal hier so einen Gegner. Oh. Das ist so dumm, äh. Das Dumme ist halt, dass ihr die Attacke halt so schnell hintereinander einsetzen könnt. Fast instant. Ups. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so, ne? Es ist irgendwie dumm. Irgendwie ist es dumm. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 14? Oh. Ne, 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 ne. Das ist irgendwie witzig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für PvP irgendwie gebrauchbar ist. Aber, das ist ein witziger Glitch. Oh, runtergefallen. Äh, übrigens sind wir hier schon genau richtig, weil im nächsten Video werde ich euch das seltenste, die seltenste Waffe überhaupt zeigen. Das Video wird morgen kommen. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Und, äh, wieso das die seltenste Waffe ist, erfahrt ihr ja morgen. Ja, ist irgendwie ganz witzig hier, muss ich sagen. So, probiert es mal selber aus. Ähm, liked das Video, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ihr es okay findet, wenn man so Glitches zeigt. Ich finde, das ist jetzt einer gewesen, der kann ja auch relativ leicht wieder rausgepatcht werden. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ähm, und dann gerne den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Hau rein!